Musik Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush Mit dabei ist der Early Boy Und der liebe Storm Und wir machen heute eine fette Zufallsrunde Wir haben hier neun Lucky Blocks drin Jeder darf zweimal drücken und bekommt an 32 davon Der Storm fängt an Okay, ich drücke den Knöpchen, ich hab einmal Time Dann Early Boy Und ich hab die Ender Lucky Blocks Storm Und Troll Und du Die Hex ist Und ich hab die Astra Lucky Blocks Und der Rest Der ist weg Also der wird nicht benutzt Und jetzt können wir schon mal abstimmen Was glaubt ihr, wer gewinnt diese Runde? Logischerweise Ich glaub's auch nicht, dass ich gewinne Weil Early Boy hat die YouTube Gaming Boots Wahrscheinlich Also sehr wahrscheinlich Deswegen wird es sehr böse Wir fangen an in 3, 2, 1 Ja Übrigens Leute, was würdet ihr davon halten Wenn ihr mal alle den Early Boy abonniert Weil dem fehlen nur noch 3000 Abonnenten Bis zu den 400.000 Oh Gott, Basti Ich hab doch noch Oder Early Boy? Meine ganzen Blöcke Es ist alles weg Ich hab nichts mehr Warte Dann holt sich jeder nochmal Meine Sachen sind auch gerade weg Wer hat das gemacht? Man, wir wurden komplett resetet Alter Ich hab nichts mehr Ich hab gerade voll coole Sachen gemacht Ja, ich auch Verdammt, welche hatte ich noch? Die Astral, oder? Hatte ich die Astral? Welche Scheißblöcke waren das denn? Die Time Machine von Storm waren das Ja Machen die das? Ja Sie machen das Oh mein Gott Ja, was ich sagen wollte Abonniert alle Early Boy Damit er die 400.000 Abonnenten knackt Aber ich hab da noch gar nicht mein Special vorbereitet Gerade Erst direkt deswegen Abonniert ihn, dass er heute noch Die 400.000 Abonnenten bekommt Nix Heute noch bist du bekloppt Was ich Oh Gott Leute, kommt, das kriegen wir hin Es gibt bestimmt da draußen Leute Die haben Early Boy noch nicht abonniert Kommt Fettes Shoutout an Early Boy Und ja Genau Alle Early Boy abonnieren So Und den Storm auch Vielleicht Den Storm, den brauchst du nicht abonnieren So Oh Gott Aber ich hab hier das Schwert Nice Was hättest du bekommen? Nicht zu passier rüber Verpissi Komm zurück Put 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 Komm zu Papa Da kommt eine Workbench Kam zurück Nicht zu passier rüber Komm Nein Mit Leck zwei wird da nicht getötet Machen die Leck Hä das ist cheating Put 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 Nein Workbench Komm zu Papa Ja Was darf denn? Ah, ich muss Leck 2 machen, das Monster ist unsichtbar. Ich glaube, die Workbench mag mich. Die kommt zu mir geflogen, Early Boy. Die ist weg. Echt? Die ist weg. Nein! Obwohl, warte mal, da sind Spinnen, da sind Spinnen. Ich brauch die Spinnen, gib mir die Spinnen. Ich brauch die Spinnen, ah ja. Oh ja, für Spinnenfäden. Ach, du heilige Mutter Gottes. Ja, und die Augen vor allen Dingen auch. Da kann ich meine Time Machine Dings upgraden. Oh, Inventar wird teleportiert. Oh Gott, so. War das bei euch auch so, der Effekt? Als das letzte Mal war, war mein Inventar weg. Okay. So, äh, da haben wir schon mal was Nettes, ja. Ah, können wir nicht viel mitmachen. Ich hätte gerne ein bisschen gute Rüstung. Oh, da haben wir ein bisschen gute Rüstung. So, das ziehen wir auch direkt mal an. Zack, zack. Leider keine Hose. Ich renne. Ah! Hä? Huch! Ich hab mich aus Versehen auf den Esel gesetzt. Und war verwirrt. Äh, ach so. Ah! Ja, wir können das auf jeden Fall machen, finde ich. Was? Joa. Oh, ja, doch. Oh, lol. Ah! WTF. Bin ich zufrieden. Ich hatte Revival. Schau wieder! Trinkt das was? Ne, da kann ich nicht rumbuddern. Okay. Da haben wir doch schon mal was ziemlich geiles. Ich auch. Ich hab Resistance 5. What? Warum hast du Resistance 5? Ist ein Drang. Oh, warte, die nehmen wir mal mit. Wer von euch kann schon fliegen? Ich hab's nicht. Meine Waffe ist kaputt. Nice. Das schaffen wir noch. Erstmal ganze Hexen killen. Oh, nee. Wir haben alle hier auf den Keks. Ich brauch ne Hose. Oh, Mann. Meine Face sieht aus. Verdammt. Kann auch hingehen und hin hier machen. Au! Ist das auch damit? Ja, geht es. Ich bin ein Volli. Wir haben schon wieder vergessen, meine Lucky Blöcke zu upgraden. Yo, klasse. Ach, ja. Jetzt weiß ich, warum ich runtergefallen bin. Ich bin wieder so schlecht. Ich bin so schlecht. So schlecht! Ich muss dieses Item aus der Hand nehmen. Ist ja gefährlich. Ist ja gemeingefährlich. Nein! Oh, Mann. Ich hab so ne Rakete bekommen. Ne Redstone-Rakete. Ui. Uiuiuiuiui. Ich seh nix mehr. Meine ganze Insel ist voll mit... Science. Genau. Wie sich Early Boy schon zu mir bauen will, der Drecksack. Nein, würd ich doch niemals tun, Basti. Ah, wo ist mein Minecraft? Ist dir nicht irgendwo was drin versteckt oder so? Basti, verpiss dich! Basti wollte mich grad angreifen. Hä, stimmt doch gar nicht. Ah, da ist ein Parachute. Early Boy! Da ist noch ein Bett. Guck mich an! Goodbye! Nein, er kann fliegen! Nein! Du Penner, ey. Komm, gerne zu dir, Basti. Boah. Ah ja, Early hat schon das Superzeug. Nice. Oh, nö! Das haben wir schon. Basti kommt zurück! Basti kommt zurück! Ja! Ja! Oh nein! Schaff ich das, schaff ich das, schaff ich das! Nein! Nein! Wird abgetreut! Verdammt! Ein Parachute oder was, ey? Ich bin zu tief geflogen! Mann! Schau mal, konnte man damit irgendwas... Wo ist Early Boy? Nein, die Frau war gefallen! Können wir noch irgendwas herstellen, ne? Oh nein! Bitte Minecraft mit Cheats? Was? Minecraft... Bloß nicht, ey! Geh weg, ey! Nicht dein Minecraft mit Cheats! Ich hab wenigstens Crafting Table. Ich hab das nicht. Alter, was ist das? Damit kommt man nur was... Ach nee, das konnte man essen, ne? Wo ist Early Boy? Early Boy, du bist nicht runtergefallen, du Vollposten. Doch, bin ich! Ich bin gestorben, Basti! Storben. Nice. Ich hab hier wieder... Komm her! Hallo, Basti! Du kriegst mich eh nicht down! Scheiße, war das Teleportieren? Das dein Block hier nicht ist. Was? Mein Block ist nicht da? Wenn du nicht irgendwas Gutes... Ich bin zumindest hier, wo ich gerade bin. Nein. Weiß, wo er ist? Oh, was, ey. Ich hab dein Block abgebaut, Basti, du solltest dich verpissenen! Bist du, nein! Nein, ich bin auch noch gefallen! Ich bereue dich! Alter, Early Boy. Wo bist du, Basti? Verpissen dich aus meiner Base, du hier bist. Noch hast du etwas Zeit. Ich werde schon wieder... Ich werde wahrscheinlich bereuen... Das du dich mit Basti angelegt hast. Ja, leg dich nicht mit Basti an! Oh, ich hab mal Louis Content! Die Scheiße? Yes. Yes, Boss! So, dann gehen wir nochmal ganz kurz rüber zu Storm und machen den auch nochmal eben kaputt. Aber was geht denn da mal wieder ab? Monster! Wo ist er denn überhaupt? So, komm her. Habe ich noch Glöcke? Ja, hab ich noch. Stop, ich sehe deine Wolle von dir! Ich sehe deine Wolle von dir! Du bist nicht feiert! Ich glaube, es würde dir auf deine Wolle gesät. Oh, nein! Ich glaube, was wird das eigentlich? Ach, der hat das Tube-Sword. Na super. Alter, ich komme nicht an ihn ran. Nein, das Loch! Idiot. Oh mein Gott, ey. Alter, verpiss dich da aus meiner Base, Early! Mach ihn irgendwie down! Ja, wie denn? Ich hab nix. Ich hab nix Gutes. Irgendwas ist von mir gerade kaputt gegangen. Oh Mann, es war so klar, dass Early Boy mit dem Tube... Nein! Ja! Ich hab bei ihm den Chesspack oder so kaputt gemacht. Oder die Schuhe. Early Boy, deine Wolle ist weg! Klingt doch sehr gut. Das heißt, ich muss jetzt nur noch Early oder Basti rauskicken. Nice! Ich muss jetzt erstmal wissen, wo Early Boy ist. Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass da irgendwas ist. Early Boy, was machst du? Alles lag bei mir! Was ist das denn für Scheiße hier? Ich hab gewonnen! Ich hab die Mega-Negativen-Infekte! Ja, das ist mein Schmerz! Haha! Fuck you! Nein! Du Arschgeister! Ja! Early Boy ist raus! Yo! Nice! Gut gemacht, Stumpf! Du warst raus und bist auch raus wie der Hut! Ich wurde geportet! Wo ist er? Ich wurde nach Hause geportet! Bitte! Hä? Nee? Wo ist das? Ah doch, das ist meine Base. Early Boy! Zieh deine Schuhe aus! Haha! Haha! Storm, ich kann nicht zu dir kommen! Über Early Space vielleicht! Ich hätte die Chance nutzen sollen! Ich hätte sie nutzen sollen! Ich hätte die Chance nutzen sollen! Hättest du machen sollen, ja! Oh, nö! Ich wusste, dass ich's bereut werde! Oh, du wirst, das ist leckerlich! Was hat Storm für Waffen? Illuminati-Bow! Den Illuminati-Bogen? Oh, der kriegt mich nicht down! Ah, da fährt man runter! Oh, Mann, ey! Wie, da kriegt man dich nicht mit down! Mit dem Illuminati-Bogen? Ja, ich hab Resistance 5! Ja, und? Ja, da kriegst du keinen Schaden! Kann ich aber runterkicken! Nee, ich hab Knockback-Resistance! Was hast du denn für Rüstung, Basti? Wie hättest du denn für Rüstung, Basti? Die, ähm... Problem ist, ich hab nur diese Ender Dinger zum rüberbauen. Und da fährst du nochmal runter. LOL. Fuck. Fuck. Scheiße. Das ist jetzt blöd. Ey, wenn mich Storm jetzt hier irgendwie runterboxen, bin ich raus. Hey, der Mann aus dem Spiel, da kommt so viel raus. Nee. Ist mein Effekt weg? Ich will meinen Effekt nicht aufgeben. Effekte, 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 Effekte. Drei Stübel. Warte. Warte mal. Das portet mich doch, komm. Kann ich porten. Ja, ich sterbe nicht, Storm. Haha. Ja. Du machst mir geil Damage. Der hat gerade deine Rüstung zerstört. Ja und? Ich krieg jetzt trotzdem kein Damage. Hab ich nicht noch irgendwas anderes geiles irgendwie? So, man muss weitermachen mit dem Bogen. Ja. Deine einzige Chance. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, um ihn zu töten. Hm. Das ist glaube ich noch ganz gut. Oh. Ich krieg das hin. Ich sag's euch. Wie da unten? Wo ist er denn jetzt? Haha. Ja. Ich hab ne Fly in Pausch bekommen. Das ist doch nicht dein Ernstherz, Ed. Und Storm ist raus. Storm ist raus. Ja. Deine Wolle ist doch noch da. Meine Wolle ist noch da. Was? Echt? Ich dachte, du hättest die abgebaut. Das war wie unfair. Kann man sein. Hey. Ich war mir nicht sicher wo sie war. Ich hab sie da auch nicht gesehen. Ich hab sie. Ich hab sie. Die was du hast sie. Ja. Die Wolle ist weg Storm. Wo bist du? Weg? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Storm mach ihn kaputt. Hey lol. Ich seh ihn nicht mehr. Ach da ist er. Storm. Ah stirb doch. Storm hast du keinen Schwert? Kein gutes. Warte mal. Vielleicht da stellt uns der Rüstung. Hey. Ich hab doch nicht mal Rüstung. Der hat da schon Rüstung. Wo ist er denn? Ich seh nix mehr. Ich seh nix mehr. Er fällt runter. Ja. Das ist mein Teleport Potion. Ja. Der ist jetzt weg. Ja. Ist egal. Wo bist du? Ach. Bin wieder runter gefallen. Scheiße. Wie geht's doch? Komm her! Ach komm her du! Hä? Wo bist du? Ich bin invertet auf dem Baum. Nein. Nein. Ich bin invertet. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Ach ja genau. Ich muss jetzt. Ich muss springen. Ich muss springen. Nein. Haha. Angefangen. Ja. Bring dich halt selber um. Wow. Ich hab die Killer-Jestplate an. Was erwartest du? Alter was ist fein? Alter. Jetzt stirbt er. Jetzt hab ich ihn rum. Hä? Kannst du fliegen? Ich hab ne Vitation an. Alter. Junge. Verrückter. Verrückter Junge. Verrückter Junge. Stopp dein Bogen. Stopp. Wo ist er denn? Back. Junge. Das hab ich noch im Angebot. Mach mir kein Damage. Mach mir kein Damage. Mach mir auch keinen Schaden. Aber wenn der Effekt aufhört, fällst du runter. Ja. Sag mal. Warum wirst du die ganze Zeit geportet, Mann? Das ist dein Schwert Junge. Ja. Ja. Ja, Mann. Wer ist der Lucky Block King? Wer macht alles fertig? Ich. Nein, 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 nein. Ja. Heilige Scheiße. Benner. Nur weil's Early Boy versaut hat. Hihihi. Hihihi. Leute. Diese Folge. Oh, was geiles Battle, ey. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei den anderen vorbei. Schaut auf jeden Fall bei Early Boy vorbei. Für die 400.000 Abonnenten. Hey. Und macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Ciao. Ciao.